Was ist für die Weltmeisterschaften? Daheim ist immer mehr Druck, natürlich auf der eigenen Hausbahn. Sprint-Weltmeisterschaften sind auch, was für mich ein ganz besonderes Augenmerk für den Weltmeisterschaften hat. Auf das ich mich schon sehr freue und schaue, dass ich da weit nach vorne reinfahren kann. Man hat letztes Jahr gesehen, es kann ganz schön knapp werden ums Podest. Und so soll natürlich der Kampf dieses Jahr bei den Weltmeisterschaften daheim weitergehen. Also, mir gefällt sie eigentlich relativ gut. Sie hat ein bisschen einen eigenen Charakter, eher mehr so dahin gleiten und alles ganz genau fahren. Also man darf ja auch nicht viele Fehler machen, das ist halt wichtig. Weil sonst ist die Zeit sofort dahin und da habe ich überhaupt keine Chance mehr, das aufzuholen. Ja, natürlich Deutschland, Russland, Italien, mir dazu. Die Letten darf man auch natürlich nicht ausreißen. Das sind natürlich viele, die da mitfahren können. Das ist sicher das, was die letzten Extra-BS gibt. Wenn man vor dem Heimpublikum da zeigen darf, was man drauf hat. Ich habe das Ganze schon mal mitmachen dürfen 2007. Da waren auch extrem viele Leute herum und ich glaube, dass heuer das nochmal getoppt wird und dass da einige da sind, die uns dann feiern. Ja-B purchased. all shines dem voritzenden Bis zum nächsten Mal. U好的.